malzeit mädels und willkommen bei max speed shop so ein kleines videochen in ehren kann niemand verwirren so pass auf wir haben hier ein filmpaket jetzt mal oben aufgemacht ganz kurz hat aber reingestellt von wem das ist ein brief drin und ein brief ist schon mal gut bevor ich einen namen erstmal brief 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 so monat fand an der rechten seite vom e 30 fehlt was xd ich hoffe du wendest der die das nils alias moodi wolf am moodi wolf ist mir auf jeden fall bekannt so hasis moodi wolfs paket steht neben mir ich bin gespannt e 30 e 30 rechte seite ich kann mir fast denken was es ist eigentlich habe ich es auch schon aber es kommt auf den zustand an auch hier haben wir schon mal eine auto tüte am start in leer das ist schon mal gut da kann ich mal gurkenkram reinpacken dann haben wir hier ich hätte es fast denken können warte ich gucke noch mal in rein davon nicht irgendwas mit pfändigkeit noch drin liegen haben ich habe schon mal ein paar sachen übersehen den fehler mache ich nicht wieder wir haben hier meine freunde einen außenspiegel für die rechte seite der fährt ja mein e 30 bekanntlich moin alles gut ja pass mal auf so weiter ich habe schon außenspiegel für den wagen bekommen von hansi vom schraubplaster oben hier in dänemark aber ich denke ich werde den hier verwenden weißt du warum verliert es mir in deutlich besser angebracht hat guck mal der andere ist außen angelaufen das ist dieser nicht der ist unten noch ein bisschen ich kann man so verbauen jetzt oder mutig wolf ich eingebauten koks oder was ich danke dir wie gesagt hundertprozentig wie gesagt ich den wiesenspiegel sieht ein bisschen besser aus der andere ist zwar ausgeblichen und da habe ich richtig schön spiegel für das ding haben noch einen zweiten spiegel auf lager was ist denn mehr großes dankeschön alter das ist wirklich hier ein satzteil was für das ding wirklich fehlt ungelogen geil mitgedacht so das war schon unser video ich merke mich wieder ab ja schneiden gleich ganz kurz noch und dann ist das gut und fahrrad und nils oder modi wolf kannst du da aussuchen beides modi nils ich danke dir auf jeden fall weil da kann ich mit arbeiten definitiv so munter und ja den sieht ihr bei dem auto ist so ciao so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020